Hi, willkommen zu einem neuen Video und es ist jetzt ungefähr ein bisschen über halb 1 und hier den Entwickler von Five Nights Candies 3 hat endlich die Feuerwehr so rausgebracht. Ich bin gespannt, was passieren wird. Bis jetzt sind wir hier und mir passiert auch nicht. Okay, mal weiter. Okay, ich hab Angst, dass ein Jumps kommt. Okay, oh, oh, jetzt kommt ein Jumps, oder? Oh, doch nicht. Oder jetzt. What the fuck? Fuck, ich hab mich... Okay. All of it. Nein, nein, nein! Okay, 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 war doch nicht. Äh, what the fuck? Das ist ja mega heftig. Hä, Einstellung? Hab ich gemacht. Hm. Okay, es ist nicht so... Alter, wie geil! Soll ich so, ich starte? Keine Ahnung. Man muss das übrigens mit der Taste machen. Okay. Hä? Warte mal. Okay. Soll ich... ... I love you. Okay. Ich kann... Ich kann... ... ... ... ... ... ... Tut mir leid, dass ich das jetzt nicht so richtig übersetzen kann, aber vielleicht Corrupted auch ein Video darüber hoch, der wird das wahrscheinlich übersetzen, also aus der Zeit, was ist das so richtig cool? Wf... Sieht cool aus! You are a very creative girl, okay? Hä, was? Wamo! mary warum wird es so viel so laut okay die flüssig das läuft kann ich keine maus kann ich nicht benutzen ähm halte wie cool ist das oh hey äh ach so ich muss die lehrtas drücken I'm the origami cat I'm here you're genau ach das ist ein Traum äh but right now looks like you egal äh äh alter das ist doch kein fangame mehr das ist ich weiß dass ich will diese spiele hätte aber das ist kein fangame mehr okay warte der monster das heißt es sind mehrere unter your bed listen voll in such a peak under your bed to see rocket ja das kennen wir doch schon von der demo das ist ein klusiv und das ist halt auf dem picking out jetzt okay 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 oh god ich hasse lange gänge alt ist es heftig hold shift to run warum gut ich wie gut ich auch ein äh äh ich äh 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 karen alter ist okay sie läuft es auch so ein bisschen verängstigt ist das hier irgendwas wichtiges kann ich es so brett und kirk hier hatte wohl oft ich habe wir jetzt ich würde mal kurz sagen ich hoffe die ganze auf twitter unterwegs und auf einmal schreibt der entwickler dass das spiel draußen ist ja dann habe ich sofort runter geladen und jetzt bin ich hier halte das ich habe so lange auf das spiel gewartet es ist heftig okay ich konnte nicht so viel jetzt nicht zu weit weg ich verstehe als immer schön auf dem weg bleiben ich renne jetzt ein bisschen wird wir schneller ankommen das kenn ich aus dem trailer warte mal oh hey slow down dear it's you my old friend und noch mal ich kann es jetzt nicht so gut übersetzen deswegen guckt es hier bei kraft weil der wird es übersetzen ich kann euch da jetzt nicht so viel helfen oder übersetzt selber wenn es könnte sonst guckt es bei kraft aber es wird noch ein bisschen dauert bis das hoch liegt aber ich habe angst nicht als nächst khh khh bah ok ov was hat es zu ich hätte vielleicht ja auch ein klick soll oder ich weiß es nicht genau ich dachte es ist einfach nur sind die kinderzimmer nicht so was hier es ist kein normales minigame das ist keine ahnung dass wir das normale spiel und das in den zimmer wie minigame ok da nein 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 wenn ich hier weg bleiben wo muss ich jetzt hin muss ich jetzt anklicken hier oder kommt dasselbe es ist dasselbe nein ich bin scheiße ich habe es noch mal geklickt klar mit den albträumen ach so jetzt muss ich mich hin oder ok jetzt beginnt das eigene spiel eigentliche spiel der fürst neig Vielen Dank. 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 Ciao. Vielen Dank.